Hahaha Es geht um Sex bei diesem Trick. Okay. Sprichtest du es mehr an? Ja. Alles klar, okay, pass auf. Dieser Ball ist pure Erotik. Wenn ich ihn nämlich reibe, fängt er an zu stöhnen. Hörst du's? Ah! Quatsch. Okay, pass auf. Und dann teilt er sich und dann haben wir zwei. Okay. Okay. Eigentlich geht's heute um Gewinnspiel. Kannst du ihn mal anschauen? Ja klar, mach mal eine Hand auf. Na und heiz sie so. Weil heute geht's um Gewinnspiel, was wir machen. Und wenn du dieses Gewinnspiel gewinnst, dann erfüll ich den Wunsch. Cool. Cool, oder? Ja. Und jetzt ist erstmal eine Aufwärmrunde angesagt. Pass auf. Ich nehm den hier. Ja. Den tu ich in die Hand. Und du? Bist du rechts oder links? Rechts. Okay, dann gib mir mal die linke Hand. Genau. Du kriegst den anderen. Festschließen die Hand. Okay. Ausstrecken den Arm. Perfekt. Okay, Lilly. Wie viel sind hier drin? Zwei. Zwei? Ja, vielleicht. Ja oder nein? Du bist ein Zauberkünstler hier. Ja, zwei. Ja, zwei? Ja. Ja. Nein, keiner. Ja. Tut mir leid. Nein. Doch. Mensch. Didi. Egal, Aufwärmrunde. Aber wie gesagt noch eine Aufwärmrunde. Kannst du nochmal? Genau, perfekt. Ich habe nämlich noch einen dritten dabei. Okay. Und jetzt geht es um die Burscht. Einer. Zweiter. Dritter in die Tasche. Wie viel sind hier drin? Zwei. Zwei? Ja. Obwohl, nee, einer. Einer? Ja. Magst du eine Schale aus deinen Händen machen? Es sind nämlich drei. Eigentlich hätte ich dir jetzt einen Wunsch erfüllt. Aber du hast leider verloren, Lilly. Nein, Quatsch. Geht weiter. Okay, ich erfülle den Wunsch. Ich nehme nochmal die drei Bälle. Machst du deine Hand auf. Genau. Du nimmst die einfach, schließt die fest. Okay, ausstrecken den Arm. Warte mal, hier ist was hartes. Was stecken wir in den Arm? Das hartes. Das hartes? Ja. Okay, denk mal an irgendwas. Ich werde jetzt nämlich versuchen, die Bälle in das zu verwandeln, woran du gerade denkst. Okay? Das schaffst du nie. Das schaffe ich nie? Nee. Warum nicht? Weil du ja gar nicht weißt, woran ich denke. Vielleicht? Okay, los. Obwohl, nee, warte mal nicht so laut sagen, muss ich mich ja gar zu sagen. Nee, 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 bleib mal ruhig dabei. Bleib mal ruhig dabei, okay? Hast du's? Ja. Okay, stellst du dir bildlich vor? Ja. Hat's was mit mir zu tun? Nee. Nee? Naja, du hast es auch. Ich hab's auch? Ja. Wow. Okay, und auf Liddy. Magst du die Hand mal ganz langsam aufmachen? Ja, ich hab daran gedacht. Ja. Ich hab daran gedacht. Ja. Ja, ich war richtig? Ey, du wirst mit mir eins. Ich glaube ich hab's geschafft. Aber kannst du die Hand mal ganz langsam aufmachen? Ha ha ha. Es ist Toni, ich dachte ihr seid ein Pärchen. Krass wie geht's? Wow. Ja, krass auf jeden Fall. Danke. Okay. Magic.